Hallo und herzlich willkommen zu einem Let's Battle S4League zwischen mir und Bendix. Ich bin Fieser Schlinge, das ist so ziemlich mein, ja, ich nenn's mal Gamer-Name und natürlich auch meine RL-Einstellung und Bendix ist blö. So, ja, S4League ist so ne Mischung aus 3D, Jump'n'Run, sag ich mal, hier, Jump'n'Run und, Moment, und, ja, da ist er schon weg und, äh, halt so nem Shooter, allerdings, allerdings, ja, stürm doch! Du hast so ein hässliches Schild! Allerdings, äh, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte, egal, allerdings ist irgendwas. Allerdings ist Bendix jetzt gleich tot. Bendix-Tag, äh, ach ja, genau, allerdings ist es kein reiner Shooter, sondern man hat auch so Nahkampf- Wow! Schwerter! Ja! Mit dem Bendix einfach übertrieben ist, beziehungsweise mit dem Spy-Dagger ist er übertrieben. Hier, dieser Waffe da. Ich kann jetzt nicht drauf zeigen, jetzt lebe ich wieder. Gut. Das hier ist, äh, mein Schwert. Ich hab ein Schwert und zwei, äh, Schusswaffen. Einmal das Semi-Rifle und das ist Sold-Rifle oder Wiffle oder sonst was. Jaaah! In den Kopf! Ja, mit einem Leben. Hat aber viel Chancen, ne? Ja, was ich außerdem gern mache, ist das hier. Ähm... Jetzt kommt schon Spawnkill oder sowas. Woher wusstest du das? Ich hasse dich. Naja, du bist aber nicht da rausgekommen, wo Lukas immer rauskommt. Egal. Ähm... Egal, ich töte dich trotzdem irgendwann mal. Hm, wenn ich dich sehen würde. Ja, das ist halt auch... Wisch... äh, beziehungsweise eine Besonderheit an dem Spiel. Das ist... Natürlich eine negative Besonderheit ist halt, dass es extrem Hacker-verseucht ist. Daher spielen wir ein One-Versus-One. Da Bendix, denke ich mal, hoffentlich kein Hacker ist. Oder? Hack-Hack. Hack-Hacker, genau. Mit der Heckenschere. Ha! So, auch für diesen schlechten Witz muss der Regner ins Reich der Toten. Ähm, stirbt doch. Nein! Nein! Mann, das war unfair. Ich bin mal böse. Ich hab mir ein HP-Bang geholt. So, mein Freund, jetzt weiß ich ja nicht mal, auf welcher Seite du bist. Aber ich kann mir sagen... Ja, Bendix steht 2-1 in Führung. Zack, zack, aber nicht mehr lang. Nein! Oh, das war knapp. Nein! Nein! Ich muss nachhören! Nein, 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 nein! Warum bist du nicht tot? Ein Leben, Junge, ein Leben! Ja, sicher doch, sicher doch, sicher. Das ist ein bisschen scheiße. Na, okay, ja, das... Wir sind beide zwar keine absoluten Purs, aber wir sind schon relativ gut. Und das ist vor allen Dingen relativ ausgeglichen, normalerweise. Wenn er nicht gerade... Asi ist. Mit der Tower drum rennt. Rum rennt also. Yo, du kleiner Spacko. Du bist unbesiegbar für ein paar Sekunden. Yo! Alter! Leck mich. Leck mich. Ich kann aber viel sehen gerade, ich habe keinen Spawn-Lack oder so. Mhm. Praxislich, wo dein Leben hin ist. Wow! Ja, da steht's 4-3 für den Lars. Lieb's gleich. Ja. Du liebst gleich. Dann wirste ich blamieren, vor all unsere Zuschauer. Alter! Yo, nur weil ich wieder einen heftigen Leck hatte. Nein, wenn ich, du hattest kein Leck, das ist der Nachgang, Torrid, dass es erstmal aufladen muss. auf die mittlere Position Ralf und auch Eider Sport das war aber knapp ich habe fast meine ganze Muni verbraucht für diese Waffe das ist es wird so und Prozent Wüffel mehr er hat immer wieder Muni wie gesagt dass bei der Gäste nicht Lieblingswaffe auf jeden Fall das Assault Wifel ist eine Waffe mit ziemlich einer ziemlich hohen Feuerrate und auch einem ziemlich hohen Schaden allerdings streut es über Entfernung ja ist eine ziemliche Noob Waffe um ehrlich zu sein deswegen wechsle ich mal auf was anderes ich glaube ich mache jetzt mal ein Skill Kill Jo du bist auch nicht ich habe Angst wo haben wir ihn denn Naja da ist er Ah ich habe Angst Ah das hier ist eine der wenigen Waffen mit denen man auch ranzoomen kann oh wo ist er wo ist er wo ich das einfach nur gewusst habe wow hast du dich geheilt Nö kam mir gerade irgendwie so vor Alter wie konntest du mich von da sehen wow ich bin runtergefallen ja ich hab's gesehen ah hässliches Schild das ist seine Fähigkeit meine ist wow ich stand da drauf scheiße meine Fähigkeit ist dass ich 30 hp also Health Point mehr habe übrigens die Namen Fieser Schlingel und Bluff werden euch möglicherweise noch öfter belästigen falls wir irgendwann ein League of Legends Legends Play machen da heißt ich Fieser Schlingel oh da bin ich aber ziemlich unterlegen ja da bist du unterlegen zumindest aktuell äh der Fall kommen halt ich hab da gar keine Chancen ist bei ihm in der Suche und das ist so ein Floor so ich versuche es mal mit ein paar Prozent Stil zu kriegen so ich gleich mit dem Charakter wechseln und fährt zu sein bändig ja das ist anschaulicher macht es auch wenn ein bisschen nicht okay ich nehme sie zurück wenn er den Charakter wechselt dann nimmt er sein unsichtbarkeitscharakter dessen kann ich mir sicher sein nicht mehr naja mit dem habe ich keine Chance mit der Arbeit und nicht mehr das bringt es kaum ja das stimmt allerdings weil man sieht in einem doch trotzdem wissen und wir rennen rum die ein Verwege nach Schorker und wir gehen Deckung werden nachladen müssen ich weiß nicht ich gehe in Deckung ich bin ja nicht die zu prämen glaube ich Jo Jo ich stehe hier mit dem Spydecker aber die Wand ist vor dir zugegangen wie star-sinnig waffelt auch teilst du Peri das schnabelte ja alter, du hast dich geheilt ich hab mich überhaupt nicht geheilt außerdem weißt du wie ich mich sonst immer heile Nein! Was war das denn? Nachladen! Ich bin dumm ey! ich bin auch nur siegbar überhaupt nicht ist die 7 6 für mich bändig und ich weiß was du jetzt machst also werde ich dich kriegen auch nö du solltest wow mit dem auf die Waffe wechseln langsamer sein nachdem ich dich gekillt habe weil ich dich eine Zeit lang sehen kann ja ok ja super könnte ich dich eigentlich auch sehen aber nein von mir ist so ein hessischer Winkel von so einem Dach den auch vor dir ja das heißt dass ich stehen geblieben bin hm wo ist der liebe Bendix denn? ich glaube ich weiß wo woher wusste ich es woher wusste ich es woher wusste ich es ja diese äh dieses Spiel wow alter sicher 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 kommst du mit dem Torred an ganz sicher nicht alter ja ich habe auch noch ich war nicht so gerade weg zu sehen aufs Schwert habe ich wieder zu viel Kacke gebaut egal immer noch mit einem Entführung und noch 10 Sekunden in dieser Halbzeit zu spielen in S4 League gibt es Halbzeiten und ich glaube ich mache Selbstmode haaa ich kann gar nicht Selbstmode machen so hier ist ein Timebreak boah was war das grad geile geile das war überhaupt nicht beabsichtigt ja welch ich kann gar kein Charakter ich wechsle einfach mal auf die ich muss ganz schnell auf K aber ich bin sofort in wenigen Sekunden geht es weiter mit äh nicht der Werbung ne dann sind wir wieder zurück von der Werbung genau ja gut gut